Seien wir mal ehrlich, so langsam wird es Zeit für ein neues Ghost Recon. Die Lebensspanne von Breakpoint neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und auch Wildlands will man nach etlichen Jahren ja auch nicht mehr immer wieder spielen. Aber wie müsste ein neues Ghost Recon aussehen, um nicht wieder eine Bauchlandung beim Release hinzulegen, wie es Breakpoint getan hat? Um genau diese Fragen wollen wir uns in diesem Video kümmern. Ich denke es ist kein Geheimnis, dass die Lebensspanne von Breakpoint sich so langsam dem Ende entgegen neigt. Wir bekommen zwar im Herbst noch ein dickes Update, versprochen wurde die größte Operation in der Geschichte von Breakpoint. Allerdings denke ich, dass danach auch Schluss sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch ein Pseudo drittes Jahr dranhängen wird, sondern wahrscheinlich wird dann Breakpoint auch endgültig zu Ende sein. Und wenn alles gut geht und es ähnlich ist wie damals bei Wildlands, wird man eventuell mit dem letzten Update ja wieder diesen kleinen Kniff fabrizieren, den man wie gesagt ja auch schon bei Wildlands getätigt hat und eventuell einen neuen Teil ankündigen. Bei Wildlands hatte man ja damals diese Operation mit Walker gehabt, die uns auf Breakpoint vorbereitet hat. Also warum nicht mit der letzten Operation für Breakpoint ein neues Ghost Recon ankündigen? Vor allem, weil Ghost Recon oder die Ghost Recon Serie dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Aber was braucht ein neues Ghost Recon, um die Fans wirklich zufriedenzustellen? Und wie eingangs gesagt eben nicht so eine Bauchlandung hinzulegen, wie es Breakpoint getan hat, was ja besonders zu Release einfach an den Fans vorbei entwickelt war. Was die Fans sich wünschen, ist eigentlich relativ klar. Vor knapp drei Wochen hat der Kollege ASQD Gaming dazu eine Umfrage auf seinem Kanal gestartet und die ist recht eindeutig. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sieht man, dass gerade mal ein Prozent sich ein Arcade-RPG wünscht. Wünscht vor allen Dingen, wünscht. Eben ein Spiel mit weniger Realismus und mehr Gearscore. So ungefähr eigentlich das, was Breakpoint geliefert hat, nur eben noch mehr in Richtung Loot-Shooter. So was will keiner haben. Auch wollen nur ganze 8% ein neues Ghost Recon haben, das genauso ist wie Breakpoint. Also auch sowas ist nicht erwünscht. Was allerdings auch nicht erwünscht ist, und das finde ich auch recht interessant und eigentlich auch folgerichtig, ist eine Super-Mill-Sim, also sowas Richtung Arma oder Escape from Tarkov. Das wünschen sich nämlich nur 18%. Und der Gewinner sozusagen mit ganzen 73% ist ein Arma-Light. Also ein Spiel, das irgendwo zwischen dem jetzigen Breakpoint und eben einer Hardcore-Mill-Sim wie Arma oder Escape from Tarkov liegt. Und genau das, denke ich, ist auch der Weg, den Ubisoft da einschlagen sollte. Klar wünschen sich einige immer eine Super-Hardcore-Mill-Sim, aber diese Leute sollten dann eben eher zu Sachen wie Arma oder Escape from Tarkov greifen. Ich denke nämlich nicht, dass für den Casual-Gamer sowas in irgendeiner Form erstrebenswert wäre. Und machen wir uns nichts vor, natürlich muss Ubisoft auch irgendwo auf die Zahlen gucken und ein Spiel entwickeln, das eben möglichst viele Leute spielen wollen. Und wenn man da eben mit einer ultra-hardcore-realistischen Simulation wie Arma oder Escape from Tarkov eben um die Ecke kommt, dann würde man damit einen ganz großen Teil der Spieler eben vergraulen. Also ist es schlussendlich eigentlich nur sinnvoll, irgendwas dazwischen zu entwickeln. Und ich finde, Breakpoint war da schon auf einem ganz guten Weg. Meines Erachtens braucht ein neues Ghost Recon auf jeden Fall die Einstellungsmöglichkeiten eines Breakpoints, also genau die Einstellungsmöglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Die müssen von Anfang an im Spiel sein, damit man wirklich auch einen großen Teil der Spielerschaft zufriedenstellen kann. Das ist meines Erachtens das Gute an Breakpoint, dass ich mir das Spiel wirklich so einstellen kann, wie es meinem Spielstil entspricht. Leute, die es gerne realistisch haben und dies ein bisschen härter haben, können die Parameter dementsprechend ändern. Und Casual Gamer können sich das Ganze eben so einstellen, wie sie es gerne haben. Von daher ist das in meinen Augen der allerwichtigste Punkt und auch ein Alleinstellungsmerkmal für Ghost Recon, wenn man eben diese ganzen Sachen wie den Immersive Mode und die Teammate Experience und eben diese ganzen Weltparameter, die es mittlerweile im Spiel gibt, wenn man die zu Release direkt ins Spiel packt. Dann haben wir nämlich etwas, was irgendwo zwischen Breakpoint und Escape from Tarkov liegt. Wenn man dann vielleicht noch ein paar Realismus-Modi mit ins Spiel einbaut für die Hardcore-Spieler, dann sollte man auf jeden Fall einen Großteil der Spielerschaft schon mal, was das Gameplay angeht, zufriedenstellen können. Eine andere wichtige Sache, die ein neues Ghost Recon braucht, ist eine glaubwürdige Welt. Aurora war vielen zu steril. Das passte zwar irgendwo zur Story, aber wenn man das im direkten Vergleich zu Wildlands sich anguckt, dann war Aurora einfach langweilig. Und ich glaube, man täte gut daran, wenn man eben wieder ein realistischeres Landarchipel sich aussucht und eben auch mehr Leben auf der Karte hat. So wie es Wildlands das schon vorgemacht hat. Das ist eigentlich optimal gewesen in Wildlands. eben NPCs, die sich in der Welt bewegen, vielleicht auch eine etwas belebtere Tierwelt, wieder Verkehr auf den Straßen und so weiter. Und das Ganze vielleicht auch an einem realen Ort. Ein realer Ort birgt natürlich immer so ein bisschen die Gefahr oder beziehungsweise setzt ein gewisses Fingerspitzengefühl voraus, dass man eben das Ganze ethisch korrekt umsetzt. Natürlich weiß ich, dass ganz viele das Afghanistan-Setting haben wollen und am liebsten völlig unreflektiert da alles wegmähen wollen, was irgendwo geht. Aber aus ethischer Sicht muss man da natürlich immer schauen, wie verpackt man das. Es gab ja schon bei Wildlands Probleme mit der bolivianischen Regierung. Aber ich glaube, da hatte man eigentlich noch so ein ganz gutes Maß, eine ganz gute Waage und auch ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl gezeigt. Und wenn man das in der Art eben mit einem anderen Land, von mir aus auch mit Afghanistan machen würde, dann wäre das auf jeden Fall schon mal sehr lobenswert. Und wie gesagt, man kann sich da eigentlich gut Wildlands als Vorbild nehmen. Wir nehmen ein echtes Land, packen eine fiktive Story da rein und zeigen dabei eben noch ein bisschen Fingerspitzengefühl und versuchen irgendwie das Ganze ethisch korrekt rüberzubringen. Und dann hätte man auf jeden Fall schon etwas, was besser und glaubwürdiger ist wie Aurora. Und wenn wir schon bei Afghanistan sind, diese Idee, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern die ist natürlich auch storyrelevant. Wie wir alle wissen, gab es ja in Breakpoint immer wieder Rückblenden aus der Zeit, wo Nomad mit Walker eben in Afghanistan unterwegs war. Von daher wäre es meines Erachtens auch ein kluger Schachzug, eine Story zu erschaffen, die vielleicht in der Vergangenheit spielt. Denn Breakpoint erzählt ja mehr oder weniger die Geschichte von Nomad zu Ende. Also könnte man mit diesem Storykniff auf jeden Fall Nomad als Hauptcharakter behalten und hätte ja schon die Vorlage, nämlich seine Zeit in Afghanistan, die man da storytechnisch verbasteln könnte. Schwierig könnte es meines Erachtens allerdings werden, nochmal John Byrnfall für die Rolle des Walkers zu bekommen. Da müsste man sich eventuell was einfallen lassen, ob man das Ganze dann ja in einer Zeit spielen lässt, wo die beiden noch nicht zusammengearbeitet haben oder so. Oder vielleicht kriegt man ja auch den guten John nochmal dazu, diese Rolle zu spielen. Aber ich glaube, von allen Story-Szenarien, die ich mir vorstellen kann, wäre das eigentlich das Coolste, weil man so auch ein bisschen noch was von der Vorgeschichte Nomads erfahren könnte. Und das würde mir allemal besser passen, als jetzt noch an Breakpoint anzuknüpfen. Vor allen Dingen, wenn man an Breakpoint anknüpft, müsste man ja nochmal einen Schritt weiter sozusagen in die Zukunft gehen und hätte damit dann, glaube ich, wieder ein Szenario, was den Leuten nicht so schmeckt. Wenn man allerdings den Schritt zurückgeht in dieses Afghanistan-Szenario, dann hat man ein realistisches Szenario, vor allen Dingen eins ohne Drohnen. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Bitte, bitte, bitte im neuen Teil nicht wieder Drohnen einbauen. Und ja, dann hätte man auf jeden Fall was Schickes, was man eben storytechnisch da machen könnte. Das sind aus meiner Sicht die drei wichtigen Eckpfeiler, die man bei einem neuen Ghost Recon beachten müsste. Also zum einen das Gameplay, beziehungsweise die Einstellungsmöglichkeiten für das Gameplay, so wie wir sie jetzt aus Breakpoint kennen, dass man das eben übernimmt, vielleicht noch ein bisschen mehr Realismus-Modi mit reinbringt und auf jeden Fall den ganzen unrealistischen Kram, also Gearscore und dieses ganze Zeug und auch Raids und so einfach rauslässt. Viele Einstellungsmöglichkeiten, realistisches Gameplay, vielleicht den Schritt zurück zu Wildlands dort wagen und dann wäre man gameplaytechnisch schon mal safe. Der zweite wichtige Punkt ist die Welt. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine realistische, belebte Welt, eine Welt, in der NPCs unterwegs sind, die wirklich greifbar wirkt und die nicht so steril ist wie die Welt aus Breakpoint. Auch hier wieder, man sollte da wieder den Schritt zurück wagen und sich an Wildlands orientieren. Und zu guter Letzt wäre dann eben noch die Story, bei der man zum einen, glaube ich, an Nomad festhalten sollte, also kein neues Team ins Rennen schicken sollte, sondern an Nomad festhalten sollte, aber auch nicht nach Breakpoint ansetzen sollte, sondern eher in der Vergangenheit. Wie gesagt, diese Afghanistan-Geschichte, wenn man es irgendwie ethisch korrekt umsetzen kann, wäre, glaube ich, wirklich eine ganz gute Sache, mit der viele Fans zufrieden wären. Also auch hier wieder ein Stück weit realistischer, ein Stück weit greifbarer und auch da muss man wieder sagen, vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und sich an Wildlands orientieren. Ja, und abschließend dann vielleicht tatsächlich sogar wieder so eine Ankündigung zusammenbasteln, wie man es eben damals bei Wildlands mit der Walker-Mission Operation Oracle, war das, glaube ich, gewesen, halt sowas wieder zusammenzubasteln, auch für Breakpoint. Vielleicht sogar im Herbst-Update, dass man da eben mit diesem großen Update zum Abschluss irgendwie noch mal eine Gameplay-Brücke sozusagen bekommt zum neuen Teil. Ich denke, damit kann man so perfekt einen Hype generieren. Viel besser noch, als wenn man einfach einen Trailer raushaut. Also das wäre vielleicht noch so der letzte Kniff, den Ubisoft da tätigen könnte, um die Leute wieder einzufangen, um sie vielleicht sogar dazu zu bringen, wieder ein bisschen Breakpoint zu spielen, in Vorfreude auf den neuen Teil. Von daher, das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Großes Update im Herbst und dann bitte irgendwie storytechnisch eine Brücke bauen zu einem neuen Teil. Natürlich ist das alles jetzt Wunschdenken. Das sind meine Vorstellungen und da braucht jetzt auch keiner wieder denken, dass ich irgendwelche Infos habe. Die habe ich nicht. Das habe ich mir jetzt wirklich alles selber aus dem Po gezogen. Das ist das, was ich mir für ein neues Ghost Recon wünschen würde. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass in Bälde da ein neuer Teil angekündigt wird. Ob das so passieren wird, das steht in den Sternen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Was wären eure Wünsche für ein neues Ghost Recon? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Ghost Recon versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eindeau.